Wer auf die Natur hört, dem geht es gut. Das soll auch online erlebbar gemacht werden. Mit dem Migro Bio Game Hör auf die Natur. Mit einer Frucht oder einem Gemüse als Taktstock wird man zum Naturdirigenten. Mittels Webcam und einer eigens programmierten Bewegungserkennungssoftware. Klicken, klicken, Taktstock kalibrieren, losspielen. Mit Bewegungen löst man die richtigen Naturgeräusche zum richtigen Zeitpunkt aus. Je genauer im Takt, desto mehr Punkte. Unter allen Spielern wurde jede Woche ein Einkaufsgutschein in der Höhe ihrer erspielten Punktzahl verlost. Und falls man niemandem erklären will, warum man mit einer Gurke vor der Webcam hantiert, das Bio Game lässt sich auch mit der Maus spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017